Vielen, vielen Dank, dass Sie mich zum Vorstellungsgespräch eingeladen haben. Es würde mich riesig freuen, für Sie arbeiten zu dürfen, denn ich liebe die Herausforderungen und jeden Tag dazulernen zu können. Wenn ich ehrlich bin, brauche ich sogar ein wenig Zeitdruck, um mein volles Potenzial zu entfalten. Dabei arbeite ich auch gern mal was länger, gern auch am Wochenende. Ich mag das Abenteuer und gehe auch mal ein Risiko ein. So richtig krank war ich noch nie. Sie wissen ja, ein gesunder Geist führt zu einem gesunden Körper. Deshalb habe ich mich auch bewusst gegen eine Versicherung entschieden. Ich hatte in den letzten fünf Jahren keinen einzigen Fehltag. Wieso auch? Meine schönsten Momente hatte ich am Arbeitsplatz. Mittlerweile habe ich zwei süße kleine Kinder. Sie sind hervorragend versorgt und besuchen eine exzellente Privatschule, die auch noch direkt um die Ecke ist. Ich habe keine hohen Gehaltsvorstellungen, denn ich führe ein bewusstes und genügsames Leben. Und ich finde es vollkommen fair, dass meine Kollegen mehr verdienen. Die sind ja auch Männer. Pero, ich weiße, Gott, was Mann zu bauen hat. Hältst. Huh. somebody, die Oo! Das ist gesch 750. Ich bin Khour. Ich bin khier. Schlahmeань Ich Fuji. Oh, das mache chimische? Nutzen Three doesn. aus. Yep, das Marin分 millionaire. Untertitelung des ZDF, 2020